diese noch zwei Knarren das im Gegenteil die zu erwarten sind so schlechter als meine so ausnahm und durchkämpfen nämlich die Feuerwaffe und die Gute Schmerzen das war's weiter geht's ist egal ich will die Mission beenden ich verkaufe aber erstmal ein paar Sachen nein ich habe den Raketenwerfer darauf muss ich gleich wieder zurückkaufen immer mal den Raketenwerfer zurück na guck heil ich mich zumindest komplett ich gehe dann schon mal vor ja 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 Was ist das? Schild schlechter, schild schlechter. Und das hast du genommen. Dann lass uns einfach mal nach oben gehen. Das ist der Geil, Captain Blinde ist schon da. Kein Schaden. Das ist der Geil, Captain Blinde. Das ist der Geil, Captain Blinde. Dann lass weiter. Lass uns mal schnell den Boss spielen. Das ist der Geil. 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 Oh! Komme. Das ist klar. Ja, die meisten meiner Waren wurden toten Abenteurer aus den Händen gewißen. Hohe Qualität, niedrige Preise und ich stelle keine Fragen. Ein hervorragender Tag für den Kapitalismus. Geht wohl, mein Freund! Hoheh! Oh! Captain Flint, hi! Hey, die wollte ich mir eben vergleichen. Hi! So, dann lass das mal zum Ausrufzeichen gehen. Ja. Hey! Was? Mal gucken. What the fuck, die Schrotfrinthe. Oh, sonst ist es gut. Warte, lass mich die mal mit meiner vergleichen. Schlechter. Die sind in allem schlechter. Mal ausprobieren. Hat Flammenwerfer eh nicht halten. Ja. Dann lass uns endlich die Mission beenden. Ja. Da warte ich gerade extrem lange. Tja, so ist das halt. Ja, aber auch nur, weil es leckt. Guck mal. Mein Gott. Ah, die Waffe ist geil. Also echt, wenn diese Typen sich partout gegenseitig abfackeln wollen, dann kann uns das doch eigentlich egal sein. Ich meine, ist doch wahr. Mensch, dick platzieren. Guck, da hängt er. Geh zum Verbrennungssteuerpult und erfüll ihm seinen Wunsch, wenn es sein muss. Viel Spaß, Kurzer. Ich fühle deine Überarmung, Feier. Ich liebe dich. Ich liebe dich so sehr. Das war echt schreck. Okay, wir haben es jetzt fertig. Ja, ne, wir müssen die Mission noch abgeben. Ah, fuck. Aber da gibt es eine ziemlich leichte Methode, das zu machen. Wieder. Ja, in die wir da hingehen, aber erstmal müssen wir zu diesem Steuerdings. Ja. Und da gibt es eine ziemlich leichte Methode, das zu machen. Ich werde, du springst die. Ja, ich werde mich auch runterspringen. Ich folge dir. Danke dem Nicht-Falsche, an den wir bekommen. Ich bin so froh, dass wir nicht Borderlands 1 gerade gespielt haben. Ey. Ein Fuss. Gut. Diese Schwussflinte ist der Hammer. Das zieht sich doch ein wenig, der Rückweg. Oder kann man hier runterspringen. Hier? Klar. Ich würde nicht durchs Eis gehen, durchs Wasser. Na, danke. Ich habe einen Angriff abbekommen und da bin ich aus dem Wasser geflogen. Wie sieht es aus, können wir hier? Oh, warte, das ist nicht unbedingt die beste Möglichkeit, da hinzugehen. Also schnell. Das wird länger dauern, als wenn wir jetzt mal eben schnell nach hier oben rücken. Ja, stimmt. Und dann von dort direkt dorthin. Mhm. Hey. Feuer frei! Echt nicht. Vor der Mörser. Du rennst gar nicht, oder? Ich? Nein, du bist gerade am Kämpfen, aber trotzdem, ob du rennst. Ja, im Moment renne ich. Ich sah halt so aus, als ob ich dich die ganze Zeit eingeholt habe. Bei mir bist du immer noch hinter mir. Ja, aber ich habe, ich komme ja immer näher, deshalb. Das heißt ja, dass ich theoretisch schneller laufen muss. Das kann rein spieltechnisch aber eigentlich nicht möglich sein, dass ein Charakter schneller ist als der andere. Doch. Nicht wirklich. Zumindest schätze ich nicht, dass die das so programmiert haben sollen. Wenn du in Mord denkst, dann denk an Markus Munition. Okay, kannst du loslegen. Also, du bringst mich da, äh, bring mich dorthin, wo ich hin will. Los, 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 ich springe nochmal eben schnell runter. Wah! Ach, schau. Blerk! Aua! Blerk! Blerk! Äh, äh. Ne. Sie versprühen Geschosse wie ein Gartenschlauch. Ha, 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 ha. Schildes sind wie Freunde. Die Besten haben nach irgendeinem Zusatznutzen. Haben noch einen, äh, noch irgendein Zusatznutzen. Yay. Weiter. Abgeben, 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 ab. Geben. Ab. Ich mag das Ding. Lass den armen Typen angegriffen. Der ist mir doch egal. Danke, ja. Danke, Herr Fackel. Danke, ja. Wir werden Matchstick bald folgen. Der Moment der Entflammung ist gekommen, junge Fackel. Wir sind ja jetzt fertig. Wir sind jetzt fertig. Großes geleistet. Sobald die Entflammung vollzogen ist, erwartet uns alle unsere Belohnung am lodernden Busen des Feierhawks. Der wird sich letztes aber freuen. Ja, komm, jetzt das, ah, komm, komm, na, sind wahrscheinlich. Angesündet, komm schon. Ja. Die Vorbereitungen sind abgeschlossen. Kehre zu mir zurück, damit das Menschenopfer beginnen kann. Okay, das klingt ziemlich übel. Geh zu diesem Entflammungsdingsbums. Wenn es grösslich wird, erscheine ich dort. Sei vorsichtig. Das könnte noch etwas dauern, weil das ist ziemlich weit weg. Ja, dann werden... Wollen wir vorher aufhören, oder? Wir hören jetzt auf. Okay. Das war's für die Schaufnahme vom Borderlands. Schweig, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss. Einen Moment noch. Die Knarre, die ich gerade bekommen habe, die sind Granatwerfer, ne? Die heißt Social Splat Gun. Sie ist sehr so zirad. Ja, sie teilt ihr Feuer mit jedem. Ja, brauchst du mal Feuer für deine Kippen? Das habe ich gerade. Bäm. Okay. Dann, ciao. Tschüss.